Und weiter geht's, äh, ja. Wie gesagt, ich will ja immer nach 10 Minuten einen kurzen Schritt machen, damit meine Aufnahme nicht schon wieder in den Arsch geht. Komm schon jetzt, oder? Nee. Ja, bingo. Okay, wo ist das? Jetzt hab ich auf R! Na, nein! Ich war durch und drück die Respawn-Taste, ist das geil. Wow, nein! Okay, das Games hat jetzt schon an meinen Nerven, Leute. Nach ganzen 10 Minuten Spiele zu sein. Mh, schönes Game, ja, das Game ist schön, ich weiß. Man macht das Spiel einen Spaß, das glaubt ihr gar nicht. So, wo ist der? Lauf ruhig runter, geil, lauf ruhig runter. So, das krieg ich langsam etwas besser hin, gut. Nicht die feute Taste drücken, jetzt versuch ich's mal mit der Wolke. Die Wolke ist falsch, gut. Schöne Sache. Wow, also langsam lerne ich das. Aber auch nur langsam. Das Runterfallen lerne ich noch viel toller. Leck mich. Ähm, ja, tu es, ich entschuldige mich jetzt schon mal für sämtliche vulgäre Aussprachen, meine Güte, fick dich. Ähm, in diesem Spiel, denn das Spiel ist einfach nur dazu da, Leute, ganz ehrlich. Ich kann da auch nix für, aber, äh, ja, ist so. Leck mich. Nochmal speichern. Und weiter geht's. Ja, schön. So, jetzt versuch ich's mal mit, soweit es geht. Nein. Muss irgendwo dazwischen liegen. Ich versteh's nicht. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Der unsbergblock. Merk mich. Ähm. So. Zwei Blöcke weiß ich, wo die sich... Ja, du bist doch so geil, du geil. Alten. Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht, geil. Sag mal, hörst du mal zu? Ich glaub nicht, ne? Scheiße, ey. Geil, komm schon. Ja, nicht drunter fallen. So, jetzt aber. Komm, hopp. Ja, perfekt. Und spring in den Tod. Sauber. Gute Arbeit. Ja, der war auch gut. Schön, Geil. Du machst das total toll. Das ist dieses Spiel nicht wundervoll. Also, man kann es durchspielen, ja. Guckt euch irgendwelche Let's Plays an von CK. von sonst was. Weiß ich nicht. Das ist ein Scheiß. Leute, wo ist denn da das Ding? Ich versteh's nicht. Da ist der dritte Stein. Ich weiß, wo drei Steine sind. Oh, leck mich. Drei Steine weiß ich. Ich weiß, wie man da rauskommt, Leute. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Also, zu den drei Steinen. Leeroy! Leeroy! Ja, so nicht. Schön. Äh, hallo. Könnte mir bitte anders sagen, wie ich da... Moment, muss ich irgendwo runterfallen? Nein. Nein. Muss ich nicht. Scheiße. Hätte ja klappen können. Ähm. Ja, könnte mir jetzt netterweise einer verraten, wie ich da rüberkomme. So, ja. Ähm. Da war's! Ich hab's... Ja, ja, ja. Ich weiß, wo. Ich weiß, wo. Ha, ha, endlich. Ah, gut. Schöne Sache, Leute. Jetzt kann's weitergehen. Ah, toll, oder auch nicht. Ja, leck mich. Leck mich, du Scheißspiel. Ja, und hab. Und hab. Nein. Und hab. Eins. Zwei. Wie war das noch gleich? Eins, zwei. Ich glaub auch. Eins. Zwei. Leck mich. Äh. Nochmal. Eins. Zwei. Also, ich kann auch nicht wirklich was Produktives sagen, weil ich immer 50 Mal das Gleiche mache, liebe Leute. Ich könnte jetzt sagen, guck mal. Ja, hab immer die Stachel gezählt. Ah, er hat die Stachel nicht gezählt. Das ist schön draufgeblieben. So, und jetzt. Ich leck mich. Ähm. Ficklich. Äh, da, 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 da. Ja, leck mich, du Scheißspiel. Ja, vor allen Dingen, okay, da sollte ich nicht mehr drauf landen. Das ist, äh, nicht sehr freundlich zu mir. Aber, ja, okay, da ist das Ding. So, hier. Ja. So, wo es das nächste ist. Das nächste ist, die kann ich auf die Wolke. So. Nein, 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 nein. Egal, ich weiß, wie es weitergeht, Leute. Ich hab's herausgefunden. Wie ich's herausgefunden habe. Es ist ganz einfach, äh, ich bin dagegen gejumpt. Und, äh, dann merkt man ja, dass man nicht weiterkommt, weil man runterfällt. Leck mich. Ähm. Da, 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 da. Das ist die leichteste Schwierigkeitsstufe, liebe Leute. Ich freu mich auch schon drauf. Also, das ist der Berg, der Berg da. So. Vielleicht nochmal irgendwo eins. Vielleicht da in einem Hügel. Ja! Oh, geil. Okay, jetzt da drauf. Ich hab nicht zu weit, ich hab nicht weit genug Dings geklickt. Leck mich. Oh, komm schon, ich will in Map 4. Ey, hallo, ich bin in 30 Minuten nicht weitergekommen als diese Kack hier. Das letzte Mal. Ich bin schon weiter, als ich, äh, ist mir zu erträumen. Ah, oh, leck mich. Komm schon. Aber. Hoppa. Ja, schön. So, und jetzt. Nein. Ah. Leck mich. Scheißspiel. Hoppa. Eins. Hoppa. Zwei. Und hoppa. Drei. Direkt am Stück. Pah, leck mich. Pah, leck mich. Ja, perfekt, Leute, wollte ich eigentlich sagen, aber das war ja wohl dann doch nicht ganz so perfekt, wie ich es mir erhofft habe. Was soll der Kack? Eins. Zwei. Drei. Ja. Ja. So, erster ist der Berg nochmal und zack, Berg. Der zweite Satz ist zwischen den Dingern, genau, und der nächste ist doch hier. Ja, der nächste ist hier. Bingo. So, der nächste ist hier. Der nächste. Äh, äh, muss ich das verstehen? Ziemlich verarschen, ne Scheißspiel. Den habe ich jetzt echt nicht verstanden, Leute. Also, das erste ist der Berg. Und langsam habe ich es ja auch raus. Ganz so dumm bin ich ja auch nicht. Ganz so dumm bin ich ja auch nicht. Ich muss da ja damit prahlen. Merk mich. Aber, ja, schön. Okay, erster ist der Berg, immer noch. Zweiter ist der Hügel da, perfekt. Dritter ist die Wolke, etwas links davon. Der vierte ist zwischen den Wolken. Nein, das ist nicht. Leck mich. Leck mich am Eis. Schwuler Sack mit Hut auf dem Kopf. Ist das eine Schleife? Ist das eine Schleife? Ist das ein Hut? Ich weiß jetzt nicht genau, was es sein soll. Ist mir auch egal. Ja, das ist, äh, normalerweise sieht der halt ohne Wut aus, aber, äh, nicht, wenn man auf Mittel macht. Auf Mittel ist der einfach so ein bisschen gayer, Leute. So. Hä? Bin ich jetzt irgendwie ganz blöd oder so? Ach, kommt schon. Komm, 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 komm. So. Perfell, leck, komio. Ähm. Wunderbar. Safen. Wunderfall. So. Komm schon, geht doch. So. Die Scheiß. Das da. Das da. Das da. Das da. Das ist meine Frage. Ah, hier geht's weiter. Game over, please. Was? Was ist das jetzt? The game over. Was? Was?